Werden Sie ganz locker, Kilo um Kilo los, mit der technischen Revolution des neuen Jahrtausends. Thermoshaper, das Original. Thermoshaper ist die revolutionäre Hose für Damen und Herren, mit der Sie auf die leichtestmögliche Art massiv abnehmen werden. Durch die bahnbrechende Thermoflex-2-Lagenbeschichtung wird Ihre Körperhitze sofort bei Körperkontakt erhöht. Dadurch schwitzen Sie stark. Sie verlieren Gewicht und Fett genau an den Problemstellen. Ganz egal, was Sie tun, Sie verlieren Kilo um Kilo. Beim Spazierengehen, beim Sport, in der Arbeit, sogar beim Ausruhen oder im Schlaf. Thermoshaper schmälert Ihren Bauch, liftet Ihren Po und strafft Ihre Taille und die Beine. Bleiben Sie jetzt dran und Sie lernen die weltweit bequemste Art kennen, wie Sie schnell und effizient zu Ihrer Traumfigur kommen. Und das noch dazu zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hallo Leute, heute sprechen wir über die genialste Erfindung der Textilindustrie. Thermoshaper, ein Kleidungsstück, das Sie jeden Tag tragen können. Bei allen Ihren Aktivitäten. Sie werden richtig schwitzen und dadurch zu Ihrer Traumfigur gelangen. Mit Thermoshaper werden Ihre überflüssigen Kilo nur so purzeln. Während Sie spazieren gehen, während Sie Ihre täglichen Wege erledigen, während Sie Sport betreiben. Und während Sie sich ausruhen, ebenso. Mit Thermoshaper schwitzen Sie nicht doppelt oder dreifach so viel, sondern um ein vielfaches mehr als mit herkömmlichen Textilien. Thermoshaper hilft Ihnen auch beim Entgiften durch die entwässernde Wirkung. Ihre Haut wird straff und Sie nehmen gewaltig ab. Sogar im Schlaf. Das funktioniert nur mit Thermoshaper. Das Geheimnis des Thermoshaper ist seine innovative, einzigartige Thermoflex-Zwei-Lagen-Beschichtung. Diese erhöht bei Hautkontakt sofort die Körpertemperatur. Durch die innere Thermobeschichtung beginnt man stark zu schwitzen. Die äußere Thermoschicht absorbiert die Flüssigkeit. Dadurch dringt niemals Flüssigkeit nach außen. Während Sie schwitzen und abnehmen, bleibt Thermoshaper immer angenehm trocken. Mit Thermoshaper schwitzen Sie sich schlank. Sie verbrennen Kalorien, verlieren Gewicht und werden schmäler. So kommen Sie mit dem Thermoshaper ohne viel Mühe zu Ihrer Traumfigur.